Wir müssen auch totmachen. Aber die Würbel halten. Was machen die Würbelchen? Krabbeln die in einen Zombie und dann lebt der wieder? Die krabbeln einem an. Und krabbeln in die Zombies. Oh, schon wieder Sprit, Mann. Wo habt ihr denn die Leiche? Warum kriegt ihr immer den tollen Loot und ich immer nur den Sprit? Die Leiche liegt genau hier. Da ist das T-Shirt. Ist das eine Leiche? Ich sehe nichts. Direkt vor mir. Ja, ich habe da echt nichts. Ja, du bist zu spät reingekommen. Toll. Ob wir warten können. Ich habe ein seltenes T-Shirt mit minus 10% Produktrisiko, minus 6% Pfiebedarf, plus 11% Vitrierung und plus 9% Potenzial gegen die Folge. Muss nicht. So, ich war da hinten. Oh Mann. Nudeln. Erstmal reinfegen. Bewegt die nicht. Ich habe schon aufgeräumt. Dachgebäck, Tobi. Die kannst du gebrauchen. Ich habe noch keine. Ja, ist ja voll cool. Soll ich dir auch gleich einen Auspuff mitgeben? Ich habe hier zwei. Von mir aus. Ja, auch noch einen Auspuff. Ich habe auch noch keinen. Schach hat einmal schon mal einen Auspuff. Ja. So. Das. Und. Das. Sehr schön. Wow, kommt gar ein Zombie rein, ne? Ja. Statt drauf. Gute Garten. Gibt gehören. Sind wir fertig? Ja, gibt's jetzt irgendwo woanders safe haben? So müssen wir jedes Mal den weiten Weg zurücklaufen. Weiß ich nicht. Scheint so. Ich gucke jetzt gerade, was ist die nächste. West Moldale. Ich kann auch einfach mit dem Auto fahren. Ist das nächste. Wir können doch zuerst mal zur Rücken abgeben gehen. Ja, wieso? Wir können doch auch einfach gucken, ob wir alle gleich dann abgeben können. Ja, inventar wohl. Achso. Wohin willst du West Moldale? Ach so. Da musst du eh an der Base vorbei. Ja, da müssen wir eh wieder runter. Guck mal, wenn man dem Auspuffer geht. Weil es ist ganz unten. Wenn man dann abgeht. Kim's. Ah, warte mal, warte mal. Ähm. Hier sind irgendwelche Sachen grün. Was bedeuten diese grünen Dinge? Grüne Dinge? Club Quests. Human Legendary, die LLC-Dinger. Was heißt da eigentlich, wenn ihr die Karte aufmacht und nächster Angriff auf einen Außenposten in einer Stunde? Was heißt das? Dass da Hordel nicht kommen und die Außenposten angreifen. Okay. Die Hordelren, die Hordel. Jetzt ist die Frage, was ist ein Außenposten? Das sind die gelben. Die mit den gelben Namen. Bidelbo. Ja. Oh, es gibt auch eine PvP-Zone? Ja. Du kannst auch dich mit anderen kloppen. Okay. Mit anderen Spielern. Okay, das heißt, wir sollten in einer Stunde definitiv bei uns am Außenposten sein. Seht ihr den blauen Marker, den ich oben bei Delvo? Da kommt ein Wehrwolf, ne? So. Warte mal, ich hab eine Idee. Er kommt. Also, ihr schießt den anderen auf mich stürmt es. Von hinten kommt Zombies. Alter, lad doch nach, ey. Du darfst nur einmal drücken. Wenn du schon zweimal drückst, dann ist die schon wieder abgebrochen. Ey, ihr fällt's. So, ich würd jetzt gern mal nach Hause da hin. Ja, dann gehen wir nach Hause. Bei Kassel leeren und abgeben. Der Wehrwolf lebt noch. Ja, noch platt. Ich lauf mal querfeld ein, ne? Mach's markiert. Ich hin. Oh, guck mal, der Leiche. Die Headlimo. Oh, guck mal. Da ist die Headlimo. Oh. Hier. Und dann Baufen. Ich hab Kondens. Milch bekommen. Oh. Pistolen, Moni. Oder so, bei mir war die Headlimo drin. Bei mir war nix drin. Also, ich hab auch nicht geguckt, grad. So, wir sind in Delbo. Gut, dass die alle so lahm sind. Ja. Kommt gleich einer so angerannt. Ja, so ein Stalker. Die sind halt einfach nur nervig. Aber warte mal, beim Auto sind zwei Punkte, genau. Ja. Heverabschwung. Yay, Level 9. Und Alvin. Was geht's jetzt? Okay, sind das Safe Spots? Weil wir können hier mit dem Auto, können wir ja eigentlich nur zu Safe Spots kommen. Unser Auto steht ja auch vor dem Safe Spots. Das heißt, die Punkte, die beim Auto mit drin sind, wo wir hinfahren können, sind wir zu Safe Spots. Und das wären Heverabschwung und Craywood. Ah, ich zu beiden fahren könnte. Benötigte Zeit, 65 Stunden. Wir sollten uns mal beeilen, da kommen vier Zombies auf einmal. Also ich hab jetzt, äh, bin es für die Teilgewirr zum Abgeben. Au. Ja, ja, ja. Hier. So. Wo kommen sie denn her? Aus der Gart? Oh, 1700 Münzen hab ich da grad. Puh. Dapsil, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Schönen guten Abend. Schön. Also ich hätte eine seltene Ivanov-Pistole. 11% Feind-Backpack-Scheinz. Ähm, 14% Erholung von Betäubung. 9% Resistenz gegen Betäubung. Und, äh, 13% Zurückstoßentfernung Waffe. Ich würde das wirklich mal mit dem Auto testen. Können wir denn alle schon Auto? Wo ist denn hier Ausdauer, bitte? Weil kein Spritz drin ist. Keine Ahnung. Ich würde sich ja mal interessieren, ob das wirklich selbst... Oh. Auch gut, Saapsel. Alles gut soweit. Was hast du halt gemacht, Saapsel? Money. Boah, der wisst, die lohnt sich nicht zum Verkaufen. Ich sag ja auch, Munition lohnt sich nicht. Ich will noch mal kurz was zu trinken. Ja, ho. Ich verbrach mich. Munition am besten wirklich, äh, ins Ding rein. In die Box rein. Oder ins Auto. Oder ins Auto, genau. Oh, ich hab das Rezept noch gar nicht gelesen. Hupsah. So. Tööööö. Weil in der Lockbox drin, ja, deckt sich eure Munition, wenn sie voll ist. So wie es aus, also so sieht es zumindest aus. Ja, ist so. Ich habe auch dreimal 60er. Also gefühlt in jedem von den Beuten ist es ein paar Gezeichen. Gerade über. Ja, geht ja noch. Nicht viel, mein Kind geärgert, sonst nichts Spannendes. Muss ja auch nicht immer, nicht jeden Samstag. Äh, kotzt ihr mich an. Also ich habe haufenweise Gewehrmunition. Aber auch nur, weil ich mein Gewehr rausgeschmissen habe. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 und einen achten angefangen. Ja, Muni ist schon ein Splecht. Ja. Aber ich tue mal ein bisschen zumindest raus. Ich glaube so circa 200 Schuss soll reichen. Ich glaube auch von sich mit 200. So, ich kann mir einen neuen Skill machen. Was mache ich denn jetzt? Schleicher. Ich weiß noch nicht mal, wie ich schleichen tue. STRG. Okay. Dann machen wir... Nachlader, das ist mehr Nachlader. Das geht gut. Jetzt habe ich auch mein Level auf. So. Dicken Gesicht. Was ist das geil? Was denn? Ich bin gerade beim Klamottenhändler, wo man hier alles kaufen kann. Ich mache es bei den Skins, ne? Mhm. Die Kicks aber noch für Ashgall. Mhm. Schade. Ach stimmt, da steht ja auch Credits dran, man. Jupp. Ach man. Seltene Basebomber. Ich glaube, ich mache auch nochmal eine kurze Pause. Ach nö, kein Wehrwurm. Nicht gezockt heute, Sabsel. So, wie gesagt, kurze Pause. Stellen wir uns mal hier hin, weil der kreist ja gleich der Blick hier, wie ich ja gesehen habe. Dann gleich. Ich hoffe, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.